Feuerkobolt war da auch schon jemand? War auch schon jemand? Weiß ich nicht, war ne Frage Hatte ich auch schon gefragt Dann mach ich Dampfrohr Hat jemand schon Radhafen Schenker? Gut dann geh ich da hin Das ist ja toll, wieder zurück zur schwarzen Zitadelle, da war ich eben Oh der ist ja echt fies versteckt All right then